hallo und herzlich willkommen hier in der zockerhöhle wieder zu einem neuen part von mafia 3 im letzten part haben wir gesehen wie wir dieses gebiet das hollow für uns erobert haben jetzt sind wir hier im river row haben unsere nächsten aufgaben werden wir jetzt auch gleich angehen ich bin gespannt hier hatte ich noch ich glaube insgesamt zwei dieser module geholt und oder drei auf jeden fall und schon angefangen dass wir hier die den ganzen bereich abhören können wir werden jetzt anfangen und gehen gleich mal hier vorne hin unsere aufgabe setzt nämlich dass wir zwei aufträge für unseren neuen potenziellen kollegen erledigen müssen wenn wir das gemacht haben wird er auf unsere seite einsteigen ja und wir sind faul wir fahren das stück mit dem auto ich drücke auch jedes mal wieder die falsche taste dann wollen wir gucken was der gute kollege hier zu sagen hat vito hat gesagt du erwartest mich hast dir lang genug zeit gelassen ich bin joc blanchard vito behauptet du kannst diese schlamassern richten und beschafft uns arbeit in unsere jobs hier vielleicht kommt darauf an ob deine infos was taugen aber jetzt lässt dieser idiot von greco in die höhere beiträger wenn du nicht zahlst kriegst du keine arbeitsgenehmigung die amsa muss sogar greckos groß wenn damit irgendwas passiert kann ich dir sagen dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet mal sehen was ich aus dem laden fest im griff aber du solltest in der lage sein ein paar seiner jungs aus ja gut dann werden wir mal hier den alten sackfussel ein bisschen verfolgen ihn ein bisschen um ein paar monaten erleichtern dann kommen wir mal kurz auf die karte wofür wir da hin müssen ja auch mal nehmen wir doch hier gleich nehmen wir doch gleich den kram hier ja das war nur die laterne ich glaube wir werden mal einfach dann wieder einmal hier folgen dann werden wir noch mal hier folgen Jetzt werden wir mal ganz kurz hier das Ziel rausnehmen. Ja, da fahr ich mich auch gerade, ich fahr ja hier schon ganz, ganz piano, warum der Polizist sich immer noch wundert. Was da alles auffallt ist, eine Hupe Menschen in Gefahr. Ja. 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 Das ist schon ein Gefühl und kein Schalter. So, ich lege mal ganz kurz hier. ich werde nicht aufhören sich zu suchen ich mache hier drüben weiter den habe ich zwar nicht gesehen aber so dann werden wir jetzt mal schnell genau mal schnell unsere kohle in sicherheit bringen sehr sehr gut nochmal schnell hier die alte bachs hauen oder hinschubsen so dann habe ich ja gleich mal hier eine angenehme karre das läuft ja gut ja dann sage ich einfach mal fangen wir gleich mal hier hin oh irgendwas ist faul an der sache so mal schnell den hier hinten gut dann muss ich jetzt halt was die mal hier schlucken ist ja nicht mehr normal hier dann wollen wir schnell schon mal zum abhören umso mehr umso besser ich stehe in Deckung noch ein mann am wohnen nichts vielleicht da drüben so so komm rum hier vielleicht sollte ich mal da drüben so 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 ja das läuft ja hier wieder die ganze Asche nehmen wir natürlich mit das war der Haufen wie gesagt diese ganzen kleinen Punkte hier die werde ich alle ein bisschen später holen was muss ich hier machen ja komm fahren wir da hin das ist mehr dran diese ganzen kleinen grünen Punkte und so diese Module die werde ich die werde ich mal später holen vielleicht einfach in einer kleinen im kleinen offline part weil ich glaube das ist nicht allzu interessant für euch wenn ich jetzt hier die ganzen Module holen ich habe gleich erschießen ich muss diesen kubanischen Wichser treffen ich verstehe keinen Ton von wem was er sagt trotz verdammte wir bezahlen dich pro Stunde schmerzlutscher Greco jetzt können Arbeiter tatsächlich warten es lag ein was man dir sagt ich will sich nochmal sagen wer ist das noch mal gucken ob wir jetzt hier auf die Stelle durch kommen ich schwöre dass ich was gehört habe was gibt es denn heute was für mich was hast du von deiner dicken Lippe sagt er jetzt noch gelten das hatte ich gerade mitgenommen nicht so lahmarschig komm schon wenn du dich nicht anstrengen willst wenn du dich nicht anstrengen willst wenn du dich nicht anstrengen willst wir organisiert euch nicht gegen uns oh 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 ich kann heilen komm ich verstecke mich na jetzt lad doch mal hier oh ich weiß doch dass du nicht hierher gehörst ich weiß doch dass du nicht hierher gehörst ich weiß doch dass du nicht hierher gehörst jetzt kannst du dir Arsch noch jetzt nicht herkommen sollen scheiße ich lade nach so so das war eben mal die Aktion hier dann gucken wir mal hier schon mal das Ding ach ach Entschuldigung so wo ist denn hier wieder dieses Playboy wieder dieses Playboy das will ich jetzt aber hier schnell finden das war bestimmt doch auch und nach ich habe es bestimmt nur gerade übersehen da bin ich jetzt da liegt es doch sage ich ja so dann nochmal ach ich verlaufe mich hier schon wieder halb da ist noch ein Modul ok ist das hier die Übersetzung oh ja auch unnötig ja da lag noch Geld so dann fahren wir jetzt einmal ja wovon wir jetzt hin ich bin mir nicht sicher ob wir wirklich alle drei machen müssen aber fahren wir da hin den nochmal schön umlegen der Wagen das ist schon wieder was für mich hier ja ich bin jetzt mal schön Speed gute Beschleunigung aaaaaah dann wollen wir mal hier fahren ja halt verursacht das ist wer ja was das ist oder in es ich sie ist wir zu chart so da werden wir natürlich nicht drumherum kommen so zack ey ja gut das werden wir auch gleich machen so komm hoch da vogel sag noch kurz zu den händen laufen der bestimmt auch monite monikas verlohn so schönen tag Gut, das wird schon automatisch hinzugefügt. Und das kriegt natürlich der Polizist nicht mit. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Dann gehen wir mal auf. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sich auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jörg, sag den Jungs, dass es bald wieder Arbeit geht. Ja, sehr gut. Ich rette hier die Arbeitsplätze. Kein Ding. Gut. Dann wird hier nochmal schnell hoffentlich aufgeräumt. Und platt gemacht. Dann wollen wir hier keine Zeit verlieren. Hier hinstellen. Hier vorne noch ein Modul. Ja, doch. Läuft. Kudle. Oh, da oben steht auch noch einer. Der Dreckskerl ist so gut wie tot. Ich kann mich nicht bewegen. Und das war natürlich auch weltklasse. Dabei wollte ich eigentlich einen Molotov werfen. So. Oh, da oben steht. Oh, da oben steht. Ja. Unsinnst By. Jetzt ist mal lieber den Kopf von dir aus dem Weg, Leute. Schickt an hier! Jetzt ist noch mehr. Oh oh. Schleiße. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Ich verfehle nur mein Tiro. So. 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 Oh. Sack ist ich. So. 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 Okay, wo wollt ihr dann suchen? So, komm ran hier. Sackpuzzle. Siehst du, geht doch. So. 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 Oh. 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 So, und weg mit dir, du Pimmel. So. Ja, läuft doch. Easy. Easy peasy. Oh, da kommen schon die alten Gangsterschlitten. Und alle haben einen und denselben Hut. Nur der Fahrer nicht. Aber dafür sehen die Fahrer alle gleich aus. Ja, läuft. Leute, haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta. Aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am 2. Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl sechs Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war. Obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Zerr Marcano Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Ja, läuft! So, jetzt wird erstmal aber hier noch ein bisschen... Oh, da ist er! Oh, da ist er! Ja, so langsam... Boah, aber ne, ich hab lieber... Ich bleibe lieber bei meiner Pistole. Alter, das ist verwirrend hier. Wann kommen wir denn hier rein, wenn hier nichts ist? Äh... Äh... Oh Gott... Also hier oben musst du noch irgendwo, geh weg da. Ja genau, da wollt ihr doch hin! Ich dachte schon hier... Das schöne Geld, was hier rum lag, ist weg! Ja, mal nicht rum! Ich hab's mit meiner Lenkung! Ich hab's mit meiner Lenkung! Ich hab's mit meiner Lenkung! So, das liegt hier irgendwo draußen noch! Manni! Achso! So... Hier in dem Gebäude! So! Gut, meine Lieben! Ich werde jetzt bei dem Parten hier mal Schluss machen! Sind ja jetzt auch bei knapp 40 Minuten! Sollte eine gute Länge sein! Das passt ja! Oh, hier fehlen ja noch definitiv einige! So! 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 Ja gut! Das sind hier alles noch kleine Spielereien! Oh! Genau! Hier wollte ich ja hin! Wie gesagt, ich bedanke mich beim Zusehen! Ich hoffe euch hat das Spaß gemacht! Wir sind, ich glaube ich, hier recht gut durchgekommen! ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem wann ihr dieses Video seht haltet ihr die Ohren steif wenn ihr Anregungen habt euch es gefallen hat oder irgendwas besser oder wenn ich was besser machen soll oder ihr andere Spiele mehr sehen wollt oder mehr Parts von Mafia schreibt gerne in die Kommentare lasst auch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr freuen beziehungsweise ich und mein Kollege ja, bleibt gesund bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Part sag ich nur noch, ciao ciao